Sooo, jetzt können wir weiter leveln. Erstmal ohne Blubster, weil der muss Robocraft suchten in seiner freien Zeit. Da haben wir den Vanitas, hallo. Ja, der Vanitas ist da. So, wir sind jetzt frisch angekommen in den Wäldern von... Talador sind Wälds, oder? Talador, ja. Wir haben uns hier eine kleine Basis aufgebaut und können jetzt wieder wählen. Also in den alten... Was für krassen? Ne, in den alten Wäldern von Terokka, sozusagen. Wir können uns hier wieder eines von zwei Chicken Sachen wählen, die wir bauen können. Genau, entweder Volgins Arsenal, was uns ein Artillery Strike gibt. Oder ein Arcane Sanctum, was uns ein Ort gibt, der was macht? Der macht aber auch Schaden. At your location, that electrocutes enemies. Wir sind 15 Jahre alt. Das ist auch AOE. 12.000, alle zwei Sekunden, 30 Sekunden lang. Und das ist... Drei Schüsse lang. Oh, da steht nicht, wie viel Damage das macht. Egal, gekauft. Also zumindest, oder? Was hast du genommen? Was hast du genommen? Was hast du genommen? Ich habe erstmal den Freeze-Bildschirm genommen, weil mir leckts grad übel ist. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob man halt beide was anderes nehmen können, als kann sein, dass man unterschiedliche Quest rein kriegt oder so. Oder unterschiedliches Phasen. Jetzt ist es so in... Ja, schien da so zumindest in, äh, wie ist das, Gorgon zu sein. Genau. Wir haben ja jetzt... Wir mussten ja nochmal Quests wegen des Charakter-Vibes und da haben wir dann diesmal die andere Option genommen und haben andere Quests gemacht. Und hatten eigentlich nur Quests, die wir vorher nicht hatten, ne? Und die Quests, die wir hatten, hatten wir diesmal gar nicht. Kann natürlich sein, dass das durch den Patch gechanged wurde, aber bezweifle ich, dass sie dann alle Quests, die schon drin waren, rausgenommen wurden. Hm. Daher werden wir wohl mal dasselbe nehmen. Das ist das Arsenal, oder? Oder willst du das Sanktum nehmen? Ähm, nö, ich glaub Artillery, genau. Arsenal ist halt viel zu lange in der AOE. Wir kämpfen in 30 Sekunden. Okay, also Voyage ins Arsenal. Feuerwerk! Feuerwerk! Ah, Schleckenfeuerwerk, hab nur nicht getroffen. Hier gibt's auch schon neue Quests, aber noch nicht für unterleveln. Warte, wir müssen nicht vermeiden. Und ich hab Post. Wie ein Gefangenen. Ich habe Post. Vom Postmaster. Ich frag mich, warum haben die anderen beiden Bosse keinen Loot gegeben oder dafür der erste? Oh, ich hab ein Fragezeichen in der Post bekommen. Wuhu, mysteriös. Ich hab es angenommen, wenn ich es irgendwo verkaufe. Um zu wissen, wie viel es wert ist. Gibt's ja keine Händler, aber wo sind hier die Händler? Hallo? Irgendwo muss hier doch ein Händler sein. Ähm, hallo? Oh, hier, Ruhestall. Bestimmt immer Händler. So, was ist... ...zweckt er mir nicht. Oh, es waren paar Silberwässer. So, geht bei dir wieder alles, oder was? Ja, ich brauch schon die Quests weitergemacht. Und ist auch jetzt fertig. Warte mal auf dich hier. So ein Käfig anlabern und so. Hab ich gemacht. Ja, da fühle ich jetzt ein bisschen hier rum. So, warte mal. Ich sollte vielleicht wieder auf... Verweil ums Becken. So, was muss ich noch tun? Was? Wie? Wann? Ja? Wo? Ach, jetzt ist fertig weg. Wer muss die abgeben? Da drinnen. LOGTAR! So, drei Quests. Hast du auch, ne? Jupp. So, dann reichen wir los. Dann schleif ich mal bisher mit meinen Füßen über den Boden. So, irgendwo... ...dem Weg folgen. Wo sind sie denn? Warten. Hab ich nur irgendwas im Hintergrund gelaukt? Oder war ich mal... ...und es immer so... ...starke PS-Einbrüche? Ich weiß es nicht. Also, bei mir hatte Steam dick am Updaten hier. DayZ hatte irgendwie ein Gigabyte. Ah, was du auch? Darin kannst du legen. Das hab ich erstmal pausiert. Wie? So, ich guck doch mal was einfach an. Das ist so. Joe White Ore, Gas Samples und Iridium Dust. Okay, wir sammeln also irgendwelche Fogkorn. Eridium. Jetzt bei Borderlands, oder was? Mhm. Dann können wir gambeln gehen. Hier sollten wir irgendwas tun können. Hier ist so ein Kriegerzeichen, aber vielleicht ist das unten. Ach, hier sind zwar auch neutrale Viecher. Ich hab das drauf. Yep. Einfach looten. Uh, sieht schön aus, wir haben den Lichter. Hier kann man auch sammeln die Dinger an den Wänden. Oh, da fliegt das in der Luft. Komm mal runter her. Na. Wenn wir viel aushalten, tun die nicht. Nicht wirklich, nein. Oh, was machen die goldenen hier? Nichts. Haben wir jetzt eigentlich schon die Artillerie-Fähigkeiten? Ne, ne. Ich glaub wir sammeln gerade noch die Ressourcen zum Aufbauen dafür. Mhm. Kann sein. Wir hatten eine neue Baustelle in dem Lager. Wir sollten eigentlich auch was droppen, oder, die Kleinen? Oder? Ach ne, wir müssen das auf die anwenden, ne? Ah, dann sollte ich überhaupt nicht zu kälten. Ich glaub wir müssen das auf die Toten anwenden, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich das ist ja, ja. Die gasen doch so gelb. Die vergasen. הוich ey. Hier haben wir, ja. Dann draftieren wir, das sind so ein bisschen, was die Sorten. Wir brauchen direkt zu schuckern, was die proclaim, was ihr, was letztendlichouveteres gewartetet hat. Man kann sogar fischen hier. Denn man hat ja nichts besseres zu tun in WoW. Höchstens Daily Quest Sachen. Mal gucken wie das Endgame in diesem Addon gelöst ist. Ich hoffe das wird dann nicht so eine Daily Quest Tortur wie beim M.O.P. M.O.P. war ja wirklich nur Ruffarmen und Daily Quests machen. Irgendwie 20 am Tag oder so. Ja das war echt zu viel. Und dann gegebenenfalls wolltest du noch die Daily Dungeons machen oder so und dann hast du... Oder vielleicht noch den World Boss möchtest du nicht? Ja das hat immer schon viel zu tun haben. Oh ich müsste rappen gegen dich. Iridium das ist doch sowas wenn die Viecher da oben haben noch ein paar. Hm. Und fertig. Ich glaube ich auch. Ich glaube ich muss jetzt wieder raus schauen. Schon mit deiner Garnision da abgeben. Joa. Ich hab kein Sprint Ready. Oh nein du bist schneller als ich. Nein. Dann kriegst du die Agro. Wer flucht. Tschüss. Jetzt nimmt nach unten. Nein ichibst nicht mehr die Glastöger. Auf, auf und davon. Blauer Shadowpahn. Panda. Tiger. Oh hier ist ein Frosch neben der Bucke, hast du den gesehen? Voll hübsch. Ja. Kann man gegen den Pet Battles machen. Vielleicht, weiß ich nicht. Hast du auch im Live-Zimmern schon Max mit M-Pets? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, mein höchstes war Level 9 oder so. Ich glaube, mein ist wahrscheinlich 12. Ich weiß nicht die, die ich hier habe, oder? Ach so, wir sind in der Account gebunden, ja. So. Neue Quest. Yeah, Atalus Strike! Oh, 3K-Quests. Also 3 Special-Kill-Quests, ja. Von dem letzten Typen. Okay, jetzt haben wir Quests all around the country. Guck mal erstmal eins, da ist irgendwas von hier vorne. Ja, tun wir jetzt hier noch. Ach, da hängt irgendwas. Weck doch zu Bleis. Wo ist der denn jetzt? Er wird aufgetaucht hier. So, da liegt noch. Oh, hier liegt aber noch. Ups, Entschuldigung. Stimmt. Das ist immer alles für dich zu sagen, wenn du einfach keine AOE kannst. Richtig. Ich denke, ich muss immer eine Taste Spam für anstrengen. Und da oben ist ein Schreddor. Nämlich der Schreddor aus den Ninja Turtles. Genau. Ah, ich kann mal noch was tun. Was ist das? Was sagst du eigentlich von dem neuen Film von Michael Bay? Äh, sah ganz cool aus. Also hat wahrscheinlich nicht viel mit Ninja Turtles zu tun, weißt du, aus wie Transformers. Aber ich werde es mir trotzdem angucken, glaube ich. Es sieht halt ganz interessant aus. Jo, also Action kann ja gut machen. Ja, also man soll halt keinen Ninja Turtles erwarten, sondern halt einfach einen guten Actionfilm. Das ist nicht zum Aufheben, das ist nur eine helle Leiche. Ja, das ist aber auch gerade so. Da liegt der Haus. Büsche für everyone. Boah, aber wo muss man den Typen kennen? Wahrscheinlich, äh, ne, irgendwo hier rumlaufen soll der was. Oder? Ne, hast du noch hier eins. Kill Rune Speak. Ja, da liegt der. Irgendein Vogel, da oben fliegt irgendwas. Ist das der? Ne. Breeze Rider Kali. Mysteriös. Hm. Was ist das hier? Auch nicht. Oh, hier ist eine Pflanze. Was ist denn die Quest? Ich glaube es ist meine zweite Pflanze oder so, die ich geplündert habe hier. Na bitte. Geht's halt. Kann irgendwo hier sein, der Vogel. Hier bei mir. Sie ist schon fast down. Ist sogar schon recht weit down. Jetzt ist er down. Vielleicht kannst du looten, weil ich hab ihn gehittert. Musst du mal gucken. Hm. Ich hab noch einmal Mundfeuer drauf gespammt. Ne, kriegt er ja nicht. Tja. Pech gehabt es. Ja, lass mal die ersten Quests machen. Ja, lass erstmal abgeben gehen. Vielleicht. Ich sag mal jetzt nicht, dass diese drei Killquests irgendwie groß noch eine Questreihe haben. Vielleicht sollen wir danach die ganze Familie ausrotten, hm? Ach so, ja. Kannst du mir jetzt mal sagen, ob du jetzt eine Folgequests dafür bekommst. Ich weiß nicht, hier kriegen wir eine Folgequests, um irgendwen zu töten. Ja, die hab ich ja auch. Hier krieg ich nur... Oh, Epic Upgrade! Ich glaub es war sogar eine Waffe. Ne. Offhand. Oder? Ja. Was soll ich denn mit der Offhand? Gut für hier Speck vielleicht, aber... Hallo? Ich bin grad Feral. Wieso gibt der mir so einen Scheiß? Der Typ ist da. Welcher Typ? Ach der Typ. Hm, den wir killen müssen. Vielleicht vor der Haustür. Piu. Und Feuer. Ja. Ich hab dir einen Frosch mitgebracht. Yeah, Froschlenkel zum Abbruch. Go Boss! Kill Catman! I'M A CAT MAN! Esgebedeibilibadiepumla Da und Hughes-Up-Game-Game-Game-Game. Mal gucken, ob es im allgemeinen für 4-Items kommt. Aber du hast ja nicht viel was sinnvoller. Ich nicht. Achso, was für ein Level-Up-Cheat? Ich brauch noch 3 Ball. Mal gucken, ob dein Vogel da ist. Mein Chicken jetzt da. Give mir da Chicken. Wahrscheinlich nicht, weil die Leiche noch da ist. Chicken is still dead. Und dann... Gehen wir einfach geradeaus weiter. Alles klar. Was hat die denn für süchste Viecher hier? Hm. Der Wutzer und Feier. Oh, ein Draenei. Peace is of us. Was gibt's noch eine Quest? Ja. Was sollen wir tun? Oh, ich hätte rappen können in der Stadt. Irgendwas hier killen. Oh, der ist nicht mehr. Noch irgendwie ganz viele Viecher killen. Und ganz viele Sachen sammeln. Irgendwo rumliegend. Wahrscheinlich da links. Wir müssen sagen wir einen Kreis. geradeaus ist auch ne kreis und hier ist ne kreis so viele blaue kreise zumal wenigstens in den zweisitzer starten hier da hinten kann man looten da ist noch ne quest, was zur Hölle quest everywhere questception wo war die quest? ich seh sie nicht mehr, da drin mhm you're dead bro vielleicht der nächste da links kann man irgendwas looten, ein regendes dreieck der boss ist da grieetings traveller grieetings traveller grieetings traveller oh guck mal, hat jemand deinen job verwendet wo? was? ach der tischte ein haufen cubes wo delete me draufsteht aber wir können sie sehen, also wollen sie nicht delete it grieetings 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 Oh, die Queste haben wir fertig. Was ist denn die andere Quest dahinten? Okay. Auch noch ein paar von den anderen Viechern. Vielleicht habe ich nicht viele gesehen. Oh, hier ist eine Allianz. Ihhh, Alis. Das ist ja auch das erste Gebiet, das man sich teilt mit den Alis. Mit den Alis? Den Alis. Hau mal der PvP an. Oh, den will ich jetzt am liebsten töten. Ne, aber die fangen ja unten im Shadowmoon Valley an. Mach doch PvP an, soll ich PvP anmachen? Wo geht das überhaupt? Ja, der bleibt einfach nur in Ruhequesten. Wo ist der denn? Wo ist der hin? Seh nicht mehr. Wo ist der hinten? Da, hier, wo ich bin, ist hinten. Fight! Fight! Oh, der ist ein bisschen stärker. Und? Ich bin OP-Bär. Mach nichts platt. Komm her, Bitch. Oh, er haut ab. Ach, komm noch her. Komm zurück. Los Bäume, rettet mich. Bär ist einfach viel zu. Bär hat null Chance. Ja, ohne Lücke. Guck mal, ich kann einfach einmal den Knopf drücken und bin wieder voll. Okay. Ach ja. Alle geht's. So viel zu. Teil 1. Peter.